Hallo meine lieben Mercedes-Fans. Ja, gestern war ein spannendes Rennen. Der Start war recht heikel. Es hat angefangen zu regnen, was relativ kritisch war. Wir haben dann entschieden, auf Slicks zu starten, was ein relativ hohes Risiko war. Aber ich bin vom Platz 20 losgefahren, da kann man schon mal ein bisschen Risiko eingehen. Und ich startete, kam ich gut weg, konnte Position halten und bin dann bis 10 Runden nach dem Start gut mitgekommen, habe den Ecke überholt und beim Ausbeschleunigen habe ich gemerkt, das stimmt das für ein Getriebe nicht, ich kann nicht mehr schalten. Und ja, dann musste ich das Auto leider abstellen zwei Runden später, es war keine Chance weiterzufahren. Also von daher sehr, sehr sehr schade und ja, von daher gucken wir, dass wir heute wieder angreifen. Wormann fahrt gerade sehr gut und von daher gucken wir mal, was im Rennen passiert. Lasst euch überraschen und dann drückt mir die Daumen. Bis dann, euer Max.